So, heute geht es wieder um Tiger Deals. Sind die denn seriös und zahlen die denn Tatsache aus? Ihr habt uns geschrieben und habt gemeint, dass es da wohl Probleme gibt bei der Auszahlung und Co. Und ich habe das Ganze mal getestet und das Ergebnis seht ihr nach dem Intro. Ja, also zum Test habe ich einmal so ein wunderschönes Messer bestellt und ja, kam natürlich pünktlich an, so sieht es aus. Hier war Schutz dran, wunderschöne Hülle dabei, kam natürlich pünktlich an, ja, wie Amazon das halt so immer macht, ne, 1-2 Tage wartet, maximal und dann war es auch schon da. Und laut Tiger Deals hätte ich am 27. spätestens die Auszahlung bekommen sollen. Dem war nicht so. Ich habe die Auszahlung erst am 29. bekommen, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Also, was soll's. Also, ich habe die 18,16 Euro, Tatsache, auf meinem Konto, was ich angegeben habe bei Tiger Deals, zurückbekommen. Mögliche Probleme bei der Auszahlung könnten sein, dass du einfach dein Konto noch nicht komplett verifiziert hast. Noch nicht komplett deine Kontodaten alle eingegeben hast. Oder einfach, äh, falsches Konto angegeben hast, ja, einfach einmal überprüfen und wenn es Tatsache fehlschlägt, kannst du auch einfach ganz normal den Tiger Deals Support anschreiben. Unter der E-Mail-Adresse support.at.tiger.deals könnt ihr ganz normal den Support anschreiben und mal nachfragen, äh, was denn los ist, warum hier keine Auszahlung kommt. Bin mir sicher, äh, die werden euch da gerne weiterhelfen. Manchmal dauert es ein bisschen, äh, bis sie antworten, also zumindest hat es bei mir ein bisschen gedauert, sieben Tage. Bis ich dann eine Antwort bekommen habe, aber immerhin, äh, kam da tatsächlich auch eine Antwort, also, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ist Tiger Deals seriös oder nicht? Funktioniert das Ganze oder nicht? Äh, für mich funktioniert es nach wie vor wunderbar. Ich habe hier wieder 20 Euro gespart. Leute, Tiger Deals funktioniert. Kann ich gar nicht meckern. Für mich, äh, dadurch, dass es zwei Tage länger gedauert hat, als sie versprochen haben. Und dadurch, dass der Support, äh, sich ein bisschen Zeit lässt beim Antworten, gibt es von mir 4 von 5 Sterne für Tiger Deals. So, und jetzt kommen wir mal zu dem wirklich wichtigen Part. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und teile das Video gerne an, äh, Sparfüchse, denn hier kann man wirklich richtig Kohle sparen. Und sollte dir das Video nicht gefallen haben, äh, büro, sollte dir das Video nicht gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und teile das Video auch gerne an, äh, Leute, die auch gerne Geld sparen beim Amazon-Kauf, ja. Ja, jeder kann ein Messer gebrauchen, irgendwas gibt es ja immer zu shoppen, äh, und, ja, warum soll man denn da keine Geld sparen, ne. Ja, man kann es nicht oft genug sagen, abonniert den Kanal, macht euch noch einen schönen Tag, spart ordentlich jetzt bei Tiger Deals. Im nächsten Video über Tiger Deals geht es dann darum, wie man denn, äh, seinen Account, beziehungsweise sein Konto bei Tiger Deals löschen kann. Bis dahin, abonniert den Kanal, damit ihr beim nächsten Video auch dabei sein könnt. Ciao. Bis demnächst. Bis dahin, 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 bis